Wir dachten immer, außerirdisches Leben käme aus dem Weltall. Doch es kam aus der Tiefe des Pazifik. Das erste Kaiju ging in San Francisco an Land. Dann wurde uns klar, dass das nicht aufhören würde. Um Monster zu bekämpfen, erschufen wir selbst Monster. Zwei Piloten, unser Verstand verbunden. Und Mensch und Maschine werden eins. Heute, am Rande unserer Hoffnung, haben wir uns entschieden, aneinander zu glauben. Heute stellen wir uns den Monstern, die vor unserer Tür stehen. Wir stoppen die Apokalypse! Pacific Rim